Viele Lebensmittelverpackungen und Container bestehen aus recyceltem Karton, was großartig für die Umwelt ist, doch nicht so gut für deine Kunden. Recyclter Karton besteht meistens aus alten Zeitungen und enthält Mineralöle, wie es heute bekannt ist. Diese Verpackung wird dann eingesetzt, um eine Reihe an Nahrungsmittelarten zu beinhalten. Diese Mineralöle können über gewisse Zeit auf die Nahrungsmittel übertragen werden und da diese Öle zu einer möglichen Gesundheitsgefahr werden können, ist es wichtig, dass der richtige Barriere-Schutz für Ihre Produkte und Kunden bereitgestellt wird. Inuvia ist ein führender, globaler Hersteller von biaxial gestrecktem Polypropylen-BOPP-Folien. Wir bieten eine Fülle an interner wissenschaftlicher Expertise, welche wir verwenden, um unsere mineralöldichten Verpackungsfolien zu erstellen und zu verbessern. Diese Folien schützen Lebensmittel wissenschaftlich nachgewiesen für bis zu drei Jahren vor Mineralölübertragungen. Um mehr über unsere Mineralöl-Barrierefolien zu erfahren, kontaktieren Sie uns unter packaging-at-innovia-films.com.